Gut, damit müsste ich jetzt live sein. Wir waren ja gestern stehen, aber mir ist gestern aber noch etwas aufgefallen, das mir nicht so gefällt, als ich mir mal was angeschaut habe. Nämlich haben wir ja irgendwo... Moment, was ist das nochmal für eine Musik? Ja, okay, da kämpfe ich gegen den Zombie. Und die Musik habe ich nicht geändert, das ist ein Problem. So, das muss sich ändern, die Musik hier teilen, dann kommst du weg. So, dann brauchen wir da eine andere Musik. Aber die Frage ist, was für eine Musik nehmen wir da hin? Das ist immer so schwierig. Ich glaube, ich hatte die schon mal, oder? Kann das sein? Hier haben wir dich. Ne, sieht nicht so aus. Okay, gut, dann kann ich die nehmen. So, oder kann man das vielleicht sogar rauscutten? Ähm, ich schau mal nach. Mach ich irgendwas Besonderes? Äh, ich hol mir Stein. Ah. Ähm, ja, das können wir schneller machen. Äh, teilen, dann kommst du durch hier. Äh, Geschwindigkeit, brauchen wir dich. Hier, Tempo. Äh, ist so langsam, 6,40. Was ist, was ist, wie schnell bist du? Ja, dass das passt. So, aber wir brauchen trotzdem Musik. Ähm, nehmen wir jetzt nicht einfach. Ich hoffe, die ist... Moment. Ja, gut, das passt perfekt. So, dann... Wir wollen hier ja kein, äh, Dings machen. Deswegen, deswegen... So. Hier geht's so runter. Ähm, hab ich das schon schneller gemacht? Ja, das ist schon schneller. Okay. Moment, ich hab doch gar nicht... Ich hab gar keinen Text geschrieben, dass ich eine Höhle entdeckt hab. Das, 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 das muss ich noch hinzufügen. Ähm. Nächste Frage. Wo, wo? Hier. Irgendwo. Da. Text. Äh, eine Hölle. Oh shit, wie schreibt man Höhle nochmal? Äh, das schreib ich doch nicht. Äh, am Ende schreib ich Hölle. Aber ich glaub, das glaub ich, man schreibt's mit Haar, oder? Äh, eine... So. Gut. Ja, das ist natürlich sehr passend mit dem Skelett jetzt, die Musik. Ähm. Da ist das Skelett, das kommt dann weg. Und dann... Moment, haben wir die hier vorne nicht? Äh, ja. Hier haben wir die 4. Ja, das heißt, ich werden die 4 hinzufügen. So, 4, hier, 4. Ich glaub, das wird hier so passen. Ja, das passt perfekt. Oh, ich, 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 ich muss, ich muss die Texte anpassen. Äh, das ist das... So, ja, da ist er tot, das heißt, wir können hier wieder teilen. So, dann kommt die Musik wieder weg. Wo ist er tot? Äh, hier lebt er noch. So, ähm, da ist er tot. Weißt du, kommst du weg? Ich find's schade, dass ich meine Höhlenmusik nicht mehr habe, von früher. Das ist ja eigentlich ganz geil gewesen. Ähm. Okay, wir nehmen dich hier. Auch wenn ich dann was in die Beschreibung packen muss, weiß ich nicht mehr. So, einfach weil Höhle und so. Gut, da ist der Eisen. Das, das Eisen, was ich nicht abbaue. Ähm, da ist das Eisen. Ähm. Anscheinend gibt es jetzt Eisenklumpen. Hä, einen Lumen, was? Äh, ja. Ja, Moment, den Text muss ich... So. Gut. Ähm. Ich glaub, ich bin aber wieder rausgegangen. Ja, der Text muss weg. So, äh, oh, 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 das ist das aber sogar ziemlich spannend hier. Steht ihr? Oh, der Erz ist anders. Ah. Kommt weg. So, dann machen wir hier, teilen. Du kommst wieder auf normale Geschwindigkeit. Bis... Hier kommst du auf normale Geschwindigkeit. Ne, nicht zuschneiden, naja, das ist gut so. Tempo. Äh, ein... Ne, nicht 0,690, 1,0. So, und dann ab... Hier... Machen wir das etwas langsamer. So, 1,90, 1,90, 1,90, 1,90. Ne, das ist zu schnell noch. 0,50. Ja, ich denke, das sollte passen. Dann machen wir jetzt hier was richtig... Jetzt machen wir ja die Musik komplett anders. Ähm. Teilen, dann kommst du weg. Ähm. Nehmen wir... Moment, was nehmen wir? Ja, wir nehmen dich. Ich glaube, ich muss dich weiter machen, kann ich sagen. Ähm. Machen wir wie... Was ist das eigentlich? Oh, shit. Ähm. Was... Mache ich irgendwas? Äh, ich habe keine Lust, das nochmal einzufügen, also mache ich nichts draus. Äh, ich könnte was machen, aber ich habe keine Lust dazu. So, dann... Jo. Äh. Wie habe ich überlebt? So. Musik, aber du musst dann... Hier teilen, dann kommst du weg. So, nehmen wir... Ähm. Was nehmen wir? Ich weiß es nicht. Ja, das ist... Äh, das ist doof. Naja, komm, wir nehmen das. Ja, das ist gut. Das ist sowas ziemlich gut. Okay. Gut, weiter geht's. Ähm. So, was haben wir hier als nächstes? Ich esse das Seegras. Ähm. Da, da ist nix. Oh. Es ist... Es wurde nachts. Das ist immer ziemlich problematisch. Ähm. Wann habe ich eigentlich... Ja, es ist auf einer anderen Geschwindigkeit. Ähm. Da, da, da kämpfe ich gegen Zombie. Mache ich mal wieder andere Musik hin. Ne, ne. Hier nehme ich Teile und... Wo, 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 wo stirbst du? Da. Musik. Ne, nicht Text. Musik. Ah, das ist von... Ja, das kommt weg. So, dann. Das ist natürlich die Frage, was nehmen wir jetzt? Aber ich weiß nicht, ob das Copyright ist. Hm, aber das nehmen wir definitiv nicht, was ich jetzt gerade habe. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade habe. Oh, ich muss die Geschwindigkeit anpassen. Ich muss die Geschwindigkeit anpassen. Ähm. Tempo, das kommt auf 1,0. Und dann... Ja, perfekt. Ich mach mal, ähm... Hier bis... Hier. Hey, jetzt muss ich den richtigen Artikel finden. So, hier. Ich mach mal, das wird eh niemanden auffallen, aber ist mir egal. Auf 0,2... Vielleicht wird es doch jemanden auffallen. Mal schauen, wie sieht es aus. Oh, das sieht eher aus wie... Das sieht eher aus wie ein Neurokler, aber ist mir egal. Das soll so. Gut. Oh, shit, wir haben 4 Minuten nach. Keine Ahnung, wie lange bin ich eigentlich schon live? 11 Minuten, holy shit. Was für eine Auflösung stream ich eigentlich? Ach du kacke, 480p, was ist das denn? Da muss ich wieder spenden. Ich will niemanden spenden. So, ähm... Gut. Aber wir haben noch viel vor uns und deswegen will ich den Stream jetzt auch schon beenden, denn... Wir haben noch am Donnerstag weiterzumachen und dort werden wir dann... Naja, okay, in dem Tempo, wie ich es mache, immer 2 Minuten pro Stream. Da brauchen wir noch Jahre für gefühlt. Aber hier ist ein anderes Thema. Wir machen das noch ein andern Mal irgendwann. Dann war ich aber dann auch mal mehr als 2 Minuten, auf jeden Fall. Ein andern Mal heißt an dem Tag, an dem ich es auch geplant habe. Ich glaube, es war am Donnerstag. Ja, es war ein Donnerstag. Ja, so sehen wir uns dort dann wieder. Bis dann. Und ciao. Ah, ich glaube, es ist schon gleich nochmal was anderes. Ah, ich glaube, es ist schon mal was. Ah, ich glaube, es ist schon mal was.